Das war die Das habe ich angefangen. Ich wollte immer so Hobo werden. Auf so'n Zug. Das war immer mein Traum. Einfach weg. Das Kommen hier. Was? Ob ich zum Radio gegangen bin? Weil da konnte ich jetzt mein Hobby machen. Ich konnte laut Musik hören. Dr. John aber richtig... Ich versteh, ich komm grad von nem Kahn runter. War er auf der Welt zuhause und plötzlich heißt ja und jetzt gehen sie zur Panzerartillerie und dürfen so ne scheiß Haubitze... Ich hab auch schon mal am Potsdamer Platz, als es noch ne Baustelle war, Sendung gemacht. Da waren aber tausend Leute. Wir haben dort zehn Jahre Kenneth M gemacht und hatten insgesamt 1700 Bands dort. Ken, schönen Dank für dieses Interview. Ist zu Ende. Bist du fertig? Oder wolltest du noch weiter machen? Du fragt noch was anderes. Noch was anderes. Dann muss ich reingucken. Ken, wer ist Mustafa Kashefi? Den gibt's gar nicht. Den hab ich verfunden. Keine Ahnung. Wie erfindet man so einen? Ich bin ja... Und warum? I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have said the right thing, but it must have used the wrong line.